Yo, meine Freunde, mein Name ist Anchi, A zu dem NC zu dem I, heute wieder eine Runde Fortnite, also wenn ihr Bock habt, schaut gerne die anderen Videos an, ansonsten, ich würde sagen, danke für den Support, ich bin erstmal raus, Peace! Yo, wir landen mal direkt, oh, 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 er ist schneller, er ist schneller, er ist schneller, ich lande hier drüben, mein Freund, wenn du da landest, ganz einfach, weil, du hast eine Waffe. Komm schon. Komm schon. Da bist du, ich hab dich erstmal nicht gesehen, ich dachte, wo bist du verschwunden, mein Freund? Sehr gut, haben wir dich. Da kommt noch einer. Okay, haben wir dich. Meinte, der hat da alles gelootet? Ich glaube nicht, oder? Ja. Oh, hier ist einer. Habe ich dich, mein Freund? Deine Schritte gehört? Oh. Achso, ich dachte, Gegner, hast mich kurz erschrocken, mein Freund. Ich dachte, da kommt ein Gegner. Wer? Oh, der Sniperner. Ja, gegen Sniper ist ein bisschen schlecht, ne? Aus der Distanz. Ey, wer schießt denn da? Komm raus. Da hab ich dich, mein Freund. Du hast einen Sniper, ne? Wow, die klau ich dir auf jeden Fall. Wer hat da geschossen? Wieder da hinten? Komm. Komm. Nee. Ich muss mich auf einen anderen konzentrieren. Nachgeladen. Habe ich dich, Peter. Habe ich dich. Und du warst sogar noch mein Kopfgeld. Was natürlich richtig gut ist. Oh, oh, da kommt einer. Habe ich dich, The Weekend, mein Freund. Habe ich dich. Wolltest du dich von hinten anschleichen, ja? Oh, der hat aber sehr, sehr gute Waffen, ey. Die nehmen wir definitiv mit. Hallo? Was ist das? Ja, auf jeden Fall. Hallo? Yo, die nehme ich mit. So, mein Freund. Haben wir euch geholt. Ah, Kopfgeld. Hab ich das angenommen? Ah, das war, glaube ich, das Kopfgeld. Yo, das war der Peter. Ach ja, hier ist ja nochmal in der Nähe im Kopfgeld. Ja, das ist nicht verkehrt. Oh, der Tresor ist offen. Wir heizen da mal direkt hin. Keine Zeit verlieren. Auf der Jagd. Nach dem Kopfgeld. Ja, der Sprit ist leer, ich weiß, ich brauche das Auto nicht mehr. Oh, schön geparkt. Der bestimmt irgendwo hier in der... Oh, der schießt einer. Da. Schade. Schade. Oh, nee. Warte. Erstmal nachladen. Nicht wieder denselben Fehler machen. Wir machen mal so. Wir sind auf der Jagd, mein Freund. Hey, kann er mich mit... Jagd nimm mich, oder? Hallo, hallo, hallo. Weg da. Nicht stehen bleiben. Oh, da hatte ich einer. Einer hatte ich von hinten, mein Freund. Das war natürlich... Okay, du bist aber... Ein komischer... Typ. Du schleißt da rum. Frag mich nicht, was du da gemacht hast. Perfekt. Das nehmen wir auf jeden Fall alles. Hallo, danke, danke, danke. Und vor allem aufladen. Auf jeden Fall auf. Aufladen, mein Freund. Oh, du hast auch gute Waffen. Die haben alle gute Waffen gehabt. Oh, da. Medaillon. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Da landet einer. Na. Nicht gut gezielt von mir. Machen wir mal so. Hallo, hallo. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Super. Er hat auf jeden Fall einen Sniper. Na, mit dem Sniper wird das heute nichts. Ich weiß auch nicht, warum. Aber... Was machen wir mal so. Wir ziehen uns einfach mal darüber. Wer schießt denn da? Wo ist der? Komm raus. Komm raus. Achso, der Bot. Gibt's doch nicht. Ich weiß zwar nicht, was der da gemacht hat, aber... Es war nicht gut, was auch immer er da gemacht hat. Wo ist der andere? Sehr gut. Wow. Hallo? Hallo? Wer schießt denn noch da? Da hat noch irgendeiner geschossen. Ich weiß nicht von wo, aber... Es macht nichts. Wir ziehen uns einfach mal hier hoch. Und laden... Oh, da ist er. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Hab ich? Hab ich nicht? Das gibt's noch nicht, ähm. Wow. Von der Seite. Diese Bäume. Sternkoll. Da hinten hat einer geschossen, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das auf jeden Fall mitnehmen und aufladen. Nur die Frage ist, wort da jemand geschossen? Oh, ich hab noch Platz für eine Waffe. Welchen nehmen wir denn mit? Nehmen wir die einfach mit. Ja, Sniper ohne Visier, die mag ich. Also, das ist wieder so ein Bot oder so. Glaube ich. Glaube ich wenigstens. Oder er gibt sich nur als Bot aus. Ne, das war ein Bot. Definitiv ein Bot. Oh, da. Da rennt einer. Hab ich. Hab ich nicht. Oh, der hat aber Arschkarte, ne? Der muss, glaub ich, hier hinkommen. Die Frage ist, wo kommt der lang? Wo ist er? Ich seh' ihn nicht. Ich seh' ihn nicht. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Da. Ne. Seh' ihn nicht mehr. Gehen wir mal da rüber. Ich hoffe, ich werde nicht gesnipet oder so. Oh, da hat einer ein Auto liegen gelassen. Oh, da schießt er. Das heißt, der ist bestimmt da oben. Machen wir mal so. Wo? Wo? Wer? Wo? Wie? Und wo? Ich seh' ihn nicht. Hey, zieh' dich. Ich seh' ihn nicht. Der ist, glaub ich, zu mir rübergekommen. Nur ich seh' ihn nicht. Versteckt sich irgendwo im Busch. Wow, ich hab' dich getroffen. Oh nein, 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 nein. Ich seh' ihn nicht. Weiß nicht, wo der ist. Okay. Die Zone ist auf. Sehr gut. Komm schon. Komm schon, lauf. Wo ist der? Ich hab' nicht gesehen, wo der hinläuft. Hab' ihn aber gut verletzt gehabt, glaub' ich. Dieser Haken ist praktisch. Hab' den vorher nicht so gerne genommen, aber jetzt mag ich ihn, weil man damit irgendwie überall hinkommt. Er traut diesen Büschen nicht, ey. Nicht, dass er sich irgendwo im Busch versteckt. Ich kann mir da so gut denken, dass er irgendwo im Busch ist, oder? Verdammt, Peter. Ich hab' dich verfehlt, obwohl... Du so ein... Oh, 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 da snipet einer aus dem Busch. Ich glaub' da snipet einer aus dem Busch. Ich glaub' da snipet einer aus dem Busch. Da hat mich aber wirklich einer gesnipet von der Seite. Das war nicht Peter. Ja, ja, der von oben. Verdammt, der hat sich versteckt gehabt. Hat er gut gemacht. Ich darf mich zurauen.